Für mich bedeutet Industrie 4.0 das Zusammenbringen von Menschen, Maschinen und Produktion, also Logistik und Fertigung anhand von Daten. Wir erleben in unserem Umfeld einen immer schneller werdenden Wandel und diesem Wandel können wir einfach am besten begegnen mit flexibler Fertigung und wandlungsfähiger Produktion. Jederzeit transparente Daten sind dafür essentiell. Diese Transparenz von Daten ermöglicht uns dann auch eine kontinuierliche und zunehmend auch automatisierte Optimierung unserer Wertschöpfungsketten und dies wiederum ist eine ganz ganz wichtige Voraussetzung für die dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie und dazu leistet Industrie 4.0 einen ganz wesentlichen Beitrag.